Herzlich willkommen zunächst bei meiner Destiny 2. Exkönig in der Space. In diesem Part werden wir den verlorenen, ähm, legendären verlorenen Sektor Extraktion auf der höchsten Schwierigkeitsstufe machen und damit weiter geht's. Da sind wir hier natürlich auf Großmeister, also ab geht's hier rein, hier auf jeden Fall mal. Also gut, ab geht's jetzt hier mal durch. Kann man jetzt mal gucken, wie wir uns hier durchschlagen. Müssen wir natürlich ein bisschen mehr drauf aufpassen, dass wir hier nicht sterben, was so schwer genug ist teilweise. Gerade wenn man bedenkt, dass hier jetzt oft genug Leute mit leeren Schilden rumlaufen, ich jetzt keine allzu effektiven Kontakte gerade ab. Zumindest welche, die ich mal gegen die benutzen sollte. Ja, komm. Okay, ne, 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 ne. Ja, da fangts schon mal gut an. Stört man schon im ersten Raum, zwei, dreimal fast schon, ohne irgendwas gerissen zu haben. Okay. Okay, hätten wir den so weit gekommen, weg, so weit. Jetzt komm ich nur noch, scheiße, hier sind wir unten raus, oder was? Echt. Okay, das wird noch ein interessantes Ding in den nächsten Räumen. Wenn ich hier schon so viele Probleme habe. Ja, falsche, ne falsche Waffe. Und da ist natürlich noch so einer übrig. Was zuhörte? Wo kommt der gerade auf hier immer her? Naja. Ist doch noch so einer... Da war doch noch so einer... Diesen nästigen Typen. Das war vielleicht eigentlich gerade so die beste Auswahl für den Teil hier. Okay. Und jetzt geht der Spaß schon wieder los. Und außerdem, warum wird er nicht stand? Ist das schon so ein Ding, was jetzt hier so erschwert geht, oder was? Okay. Vielleicht hat man auch mal ein bisschen treffen, wenn man schon dabei ist. Okay. ja ja das passiert jetzt dauert es erst mal ein bisschen länger wie man hier sehen kann ich dann auch noch ein ganzes wagen den reinballern kann ohne dass er gesandt wird die granate war vielleicht etwas verschwindet aber passiert halt mal den ersten raum habe ich geklärt jetzt kommt der mist hier hier bin ich dann gerade wenn man hier noch 20.000 andere kleine mit anderen schilden und so was hat die in allem one shot mäßig gefühl die hälfte vom nebenweg schießen können dagegen hat man nur eine kleine pistole oder sowas wie das hier ist halt ein bisschen blöd aber gott was mir mal erwarte und dass ich diesen quatschian tut ich mir das macht keinen sinn hat sich das hier so mache aber ja kommt da noch so einer an erinnern also dumme fahrlässigkeit kann ich mir jetzt hier anders leisten zumindest wenn ich halbwegs effektiv durch das teil hier durchkommen ja komm wo kommst du jetzt schon und natürlich muss ich mein schild gerade so dumm wegwerfen ich bin aufwärtig hier noch beinahe sterben bitte ich bin bis jetzt war das locker das dritte vierte maur oder so allein dem raum wenn das weitergeht vielleicht ist das amt gerade die beste idee aber irgendwie geht das schon ach komm jetzt muss doch noch so ein champ okay das wird jetzt wieder sind sehr grenzwertig okay jetzt sind mal das und jetzt ist es mal weg das ist einer von den champions das heißt wir brauchen wieder moll quecksilbersturm schach halten aber anders der jetzt kann ich an und zu wirklich drauf gehen ohne dann halt von oga zerstörter zu werden ja merkt er wieder darauf geht und schon bin ich nach 15 minuten habe ich jetzt die arschkarte jetzt bin ich sowas von tot ja wofür versuche ich überhaupt noch und den hätten wir auch schnell erledigt genauso jetzt kann ich die hat entfernt links liegen lassen und dann halt eben auf die dinge zu gehen genau die dinge sind ja wie sie halt heißen die platz von mir ist ein bisschen zu gefährlich aber das ist nur normaler na dann machen wir es halt so natürlich kommt jetzt gerade ein champion ja natürlich das war ja klar ich hab das niemals bei zeiten noch dadurch zu kommen wenn das so weiter geht ach komm jetzt sind ja noch zwei von der sort oder was das wird ja noch ein lustiger vor allem habe ich nicht mal die platz von mir vollständig gekabbert na aus der jetzt muss ich den halt jetzt auch noch irgendwie los kriegen na wo ist der jetzt schon wieder ja gut wenn wir direkt weiter draufhauen ja komm jetzt verschieben das habe ich nicht mal richtig okay und natürlich kommt der gerade wieder an meinen blind spot oder doch nicht okay jetzt muss ich halt hier gucken dass ich jetzt hier weg komm verfluchte hölle lass mich raten jetzt wird gleich wieder vollgeheilt ne ist das schlimmste an der gesamtsache ich kann nicht mal effektiv auf den champion hier drauf gehen weil der sich direkt wieder voldern kann während ich dann halt gucken muss dass ich hier nicht sterbe ja dann passiert natürlich so ein müll und dann bin ich halt vollkommen drauf naja läuft schon wieder verfolgerend hier naja jetzt hat er ja noch so ein schild oder was kriegt er jetzt auch mal einen schaden oder so ok jetzt aber geht doch was zum aber das kann doch nicht wahr sein ich kann jetzt nicht mehr effektiv auf den champion hier drauf gehen oder was ich bin so am arsch ich habe es eh nicht mehr in den boss raum macht auch keinen unterschied was ich jetzt noch versuche ich habe es noch nicht mehr auf den auf den der 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 die die der 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 die 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 über verdammt noch mal ich will es doch nur hier durchschaffen verdammt ja komm ich bin so am arsch hier gerade nein ich habe mann wieso wieso macht ihr mir alles kaputt ihr dumm Huren Söhne wieso darf ich hier nicht gewinnen verdammt noch mal das wird mir verdanke ich doch einen Sieg ich stirbt geht sterben ihr wärmlichen bis geburten jetzt kann ich nicht mal mit dem Bastard hier richtig treffen jetzt habe ich eh keine chance mehr mit 15 minuten kommt da ist das ding ja aus nochmal kriegst du keine gelegenheit dich zu wieder zu leben nein du erbärmliche sau verdammt da direkt die sterben verdammt noch mal natürlich und weg jetzt habe ich sowieso keine chance mit dem boss zu erledigen oder wo ist die hexe irgendwo hier waren sie doch da drüben ne das macht bei weitem nicht genug schaden oder ok gut schläf schnell schnell greif den Geist weg weg ja ich hab's geschafft es war zwar scheiße wie sonst was aber ja ich hab's jetzt irgendwie geschafft hier durchzukommen auf jeden fall mal das auf den ersten versuch also ja das ist so der interesse tatstand dings keine ahnung kann man sich drüber freuen oder nicht jedenfalls würde ich sagen immer sind wir jetzt hier mit dem fahrt fertig also bis zum nächsten mal doch wiedersehen bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal